Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Zeigen Sie am Arbeitsplatz mehr von Ihrer charmanten Persönlichkeit. Gesundheit Sie werden feststellen, dass eine geistreiche Unterhaltung und ein Lächeln Sie weiterbringen als alles andere. Verbringen Sie den Tag am Telefon, wenn Sie möchten. Die Kontakte, die Sie knüpfen, sind wichtig. Gesundheit Regelmäßiges Üben ist die Antwort auf fast alle Ihre Gesundheitsprobleme. Sie werden von einer regelmäßigen Yoga-Praxis, dem Laufen oder dem Training im Fitnessstudio enorm profitieren. Für manche ist Sport fast eine religiöse Praxis, denn er lindert die Nervosität und Angst, die den Alltag plagen. Es ist eine gute Idee, einen Grund für Ihr Gesundheitsprogramm zu finden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu fragen, was bedeutet Gesundheit für mich? Liebe Es ist ein großartiger Tag für Beziehungen. Sie haben gute Chancen, mit jemandem zusammenzukommen, der die gleichen Ideale hat wie sie und dennoch sehr praktisch und bodenständig ist. Es könnte die perfekte Mischung sein, die Sie sich schon lange vorgestellt haben. Vielleicht finden Sie diese Person, wenn Sie sich in einer spirituellen oder meditativen Umgebung aufhalten, auch sie hat eine mystische Ader. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!